Werner hat bei Sturm der Liebe seine Hoffnungen auf den Maskenball gesetzt, um für positive PR zu sorgen. Zunächst scheint das auch zu funktionieren. Allerdings weiß er nichts von Markus' Intrige. Dieser setzt mit der Hilfe von Philipp Mäuse in der Hotelküche aus. Es dauert nicht lange, bis eine erste fiese Schlagzeile Werner erreicht. War es das jetzt mit dem Hotel? Zur gleichen Zeit tanzt Vincent auf dem Ball mit Anna. Diese hält ihn jedoch für Philipp und Vincent verschweigt ihr seine tatsächliche Identität. Als sie am nächsten Tag auf Philipp trifft, spricht Anna ihn auf ihren Tanz an. Wie dieser darauf reagiert, erfahrt ihr in einer neuen Folge am Freitag um 15.10 Uhr in der ARD.